herzlich willkommen zurück bei 7 days to die heute wurde es ernst wir haben ein bisschen gebuddelt das haben wir jetzt nicht aufgenommen wäre relativ langweilig geworden wir haben nitrat gebraucht wir haben kohle gebraucht wir haben blei gebraucht wir haben erde wir haben alles und wir brauchen es immer noch damit das hier passiert genau so und ich nehme mal nebenbei mal ein hier was kann man denn hier machen da muss ich hier habe ich noch ein paar beete einstecken munition habe ich schon alles eingesteckt also nicht wundert dass er nichts auch pfeile habe ich mal eingesteckt pfeilspitzen mit einem hausen dinge haben wir einen hausen eisenspitzen eisenpfeile ich würde aber gerne noch ein paar herstellen ich habe noch 161 schussspitze so was habe ich hier noch trinken das muss man aufstocken mit ach da brauchen wir leben boden für jetzt schon ganz schön gestalt an werde dort er muss so so ähm ehm Na verdammt nochmal, damit wird sich die ganzen Fehler her, verdammt Stehen im Anbau weggeklopft Ähh, wo ist denn jetzt wieder warm hier? Neee Okay. So, this, ah, I've got a shot here. Yeah, that's a joke. So, this. Ehhhhh. 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 Schrotflitten, Turm. Ach, egal. Alle drei gleich. Ja, nur Schultz. Ehhhhh. Ein Wire-Tool brauche ich dann noch. Das kann ich mal generell mal hier mein Sortiment packen. So. Handkniffte. Heißbarm kann ich noch nicht? Das ist doch eine Sauerei. Welche Samen? Weil der Meister undertaking kann ich noch nicht. Ja, das muss man irgendwie so separat, äh, irgendwo mit der dritten Stufe erst oder irgendwie so'n Scheiß, gell? Oh, nee. So, jetzt warte ich da. Oh, oh. Zerleg' ich die gerade? Ich geh die unten. Ne. Alles kommt, dass ich die zerleg' Ach, weil ich kein Holz hab. Ich hab' keinen Schuss. Schau mal halt. Ja, ein bisschen. Warte mal, äh. Ja. So, gerade, dass ich hier meine Pfeile bauen kann. Okay, reicht's. Ja. Ne, gut, das ist zeitlich oder dünn. Äh, ne, ich würd' sagen, ich fahr' schon mal vor, oder? Ja, ja, auf jeden Fall, weil, ähm, ich muss nur auf Essen und Trinken warten, auf die Muni warten. Da kannst du die ganzen Spikes schon noch verballern und... Ich wollte aber noch mal kurz... Kurz, wohin fahren, das ist mein Fahrrad, das ist, äh, das hier schon mal. Äh, komm, 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 zieh, 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 zieh. Also, du hast jetzt komplett alles, was Muni ist, hast du einstecken. Ich hab' 9mm, ich hab' 7,62, ich hab' Schrotmunition, ich hab' auch schon das Material für... Äh, ich hab' auch, äh, Eisenpfeile, also, wenn du noch irgendwie so'n Bogen oder was hast, also, äh, Pfeile hätte ich. Oder ich nehm' noch die ganzen Sprengstoffe mit hier. Ja, genau, im Molli, so wie Molli... Ja, hier waren noch Pfeile drin, hier sind noch Armbrustpfeile von dir. Ja, gut, die, äh, da hätten wir aktuell, da hätten wir aktuell sowieso zu wenig. Motoren haste, ja, zwei, zwei Stücke auch, zwei Stücke auch. Ups. Äh, äh... Um kein Wohl. Hahaha, das ist nicht noch mal ne Schatzsuche hier. Oh, scheiße, oh, das ist ja hier so'n Dingsbums. Uh. Und tschüss, huuuu, ich hab' vergessen, dass das ja hier so'n Dingsbums ist. So'ne, so'ne Schatzsuche hier ist, fuck, ich dachte, das ist hier, äh, 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 ja, ich hab' hier, äh, äh, ich dachte, das ist hier so'ne reguläre Schatzkarte, hier, weißt? Ach so, es war ein Quest, oder was? Ja, 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 das war hier, das war hier, das war hier ne, das war hier ne Quest, verdammt. Was haben wir denn hier schönes? Was wollen? Oh, äh... Hier wird auch was fertig. Hier wird auch was fertig. Hier, wir müssen echt Gas geben, verdammt. Komm mal. Au. Au, au, au. Das reift es richtig raus hier. Komm. Wo ist denn eigentlich mein Bogen hin? Habe ich den irgendwann verscherbelt? So. Vielleicht ist er vielleicht in der Händlerkiste geladen oder so. Und jetzt ist er weg. Jetzt ist er weg, ja. Ist noch eine Armbrust drin. Na ja. Gut. Gut. Ich bin nicht hier. So, äh... Medizin. Brauchst du noch Medizin, kannst du euch Tabletten mitbringen, Verbände? Äh, nö, ich hab... Ja, du könntest vielleicht noch ein 5er Pack, äh, Verbände vielleicht mitbringen. Aber, äh, diese weißen Pillen hätte ich... Oh, das... Äh... Hallo, Herr Wolff. Kennen Sie meine neue Erkraschung? Die eigentlich gar nicht neu ist. Das haben wir, das haben wir. Haben wir hier 28 Töppe drin, ach, wir wollen da 1. Ja, aber, ja, ich hab, ich hab ein paar aufgehoben. Ich hab also, ich hab dann immer noch ein paar. Wo sind die... Da ist er doch, da ist er doch, da ist er doch... Da ist er doch... Da ist er doch... Da ist er doch... Oh, der Muni! Brottgeschütz-Ton-Munition. Ach, das geht nicht da drin. Okay. So. 110 Schuss. 120 Schuss. Äh... Das zum Ballern, das zum Ballern. Kann ich was zum Befeuerten machen. Liederkommunik. Oh, der ist ein Händler. Auf zu flackern, Busch. Auf zu flackern, Busch. Oh, oh. Das ist wieder zurück. Wem ist hab ich schon? Hallo, Traveller. Hallo, Traveller. Hallo, Traveller. Äh. Oh. Äh. Warte, warte, warte. Oh, die Chemiebank kommt auch nicht aus der Suppe. Äh. 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 Äh, hmm, hmm. Äh. Äh, hmm, hmm. Da reint der Schade nicht aus ... so dann gucken wir mal wir hatten ja noch hast du eine also diese diese simplen turrets hast du ein schrot geschützt um mit oder soll ich dir einen mitbringen ich habe ich habe die schrubflitten habe ich meine normalen kleinturrets die du selber hinstellen wenn es noch ankommt dann denke ich dran so ist so wie ich mich kenne ja das habe ich dabei irgendwo das so scheiße das möchte hier alles ich habe mir ich habe mir verklickt gucken ob wir noch wir sind eine für oben so konnte ich das ist wirklich und ist noch da habe ich dann noch mal drei das ist eine kleine idee habe ich glaube wir sind schon fertig mit dem beton sehr gut 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 kauf mal jetzt noch mit so liegt mal man ich bin oft geregt das wird ganz furchtbar in der tasche machen so dann gucken wir noch mal nach essen und trinken da oben hast du davon genug essen und trinken oder ja ich habe ja 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 26 kaffee Kaffee ist gut, oder? Mh, hab ich mir so gedacht. Können wir hier erstmal auskennen. Aus! Oh, so mit DOSCHU das! So, und... ... ... ... ... ... Kann ich auch noch nicht. So, reparieren. Reparieren. Äh... Verkauften. 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 Nimm alles. Was ist das hier? 100 Verkaufen, Verkaufen. Passt. Ok. Lüftig alles haben. Eiler haben kein Bogen. Wer hier? Wann soll ich denn bei dir drüben aufschlagen? Was denkst du denn? 18 Uhr? Ja, genau. Ich müsste selber erstmal hinfahren. Du bist schon wieder völlig woanders. Ach, da unten bist du. Naja, ich bin dabei jetzt schon fertig. Ich hab da wieder einen Wegpunkt für dich. Oh ja, ich guck. Äh. Einer hier. Oh. Äh. Guten Tag. Händler. Ich bräuchte mal ihr Fleisch. Ah, unten ist auch ein Händler. Aha. Was? Hm? Hm? Ich könnte keinen Mann schreiben hier. Das hat einen Händler. Ja. Das ist jetzt ne hin und her Rennfolge, weil... so fast muss man das nicht machen. Hm. Äh. Ich könnte dich nochmal dran nennen. Wollen wir den zum Aufwerten. so was habe ich gerade gefunden das geld hier verbrauche ich noch schnell ja Mist ich kann im Grunde nix machen warum äh was fehlt dir oder wie los oder ich muss jetzt auf alles warten was hier noch irgendwie läuft achso achso ja das ist richtig natürlich ein bisschen mau aber ich muss und mit dem Turm ist das der Turm? genau das ist der Turm da ist doch so ein Tee oben wir können mal einen Tee ansitzen achso ähm weil ich hier so am Arsch bin achso ach das war falsch rum ich bin ein Horst ey aber die Tablette wirkt noch gut ach hier so wird diese diese Höllen Basis hier wo man Höllen Basis? da wo wir hier die Geschützschütze abgebaut haben achso ne 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 möchte ich so schnell nicht wiedersehen hm ich muss grad ich muss grad vorbei ja so das nehmen wir noch mit so das nehmen wir noch mit ja 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 ich habe es hört er gehört die brauche noch 7 Sekunden äh irgendwas geben muss ich dir nicht nö 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 gut das ist wenn du den Bogen hast war ja auch er pare ja auch ja auch er чувствieren womöglich selber ist oder hast du noch ein bisschen holz dann mache ich mir wenigstens 08 15 bogen ach so ja gut der ding den verlichter machen aber dann macht ja noch ja mal den bitte der holz haben wir jetzt alles schon verbraucht ja ich könnte mir ja eigentlich irgendwo was ich jetzt raus oder so viel brauchen wir doch hier liegt noch als wir brauchen wir denn reicht schon drei pflanzenfasern das schaffe ich auch selber okay der ruch erhält fertigen die armenbrust und hier den proben 2 noch mal hatten wir nie noch als mod irgendwie grünes teil hat man noch gar nicht doch 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 habe ich habe ich allerdings in meinem bogen alles drin hast du reingemacht ok ja wohl was hast du dann noch was hast du dann noch drin ja diesen diesen kurzen pfeil aufschlager das ist so ein kurzer art pfeil auflage und das ist diese eine sene gut macht in den verkaufsschaden damit eigentlich die uhr die sorgt noch sechs minuten die folge gut dann müssen wir die folge jetzt langsam abbrechen denn heute geht es mir so wie dir gestern alles war gut wie da kannst du schon erstmal und wir ich würde sagen wir müssen wir reden jetzt muss noch hin und her wir schalten zur blutmund nacht wieder ein ich hoffe ihr seid dabei was der leichter abos und nette kommentare und wir sehen uns zum blutmund zum ersten genau da und rein tschüss so Vielen Dank.